Nachdenkseiten Die kritische Website Die fragwürdige Finanzierung von Correctiv, US-Oligarchen und Bundesbehörden Von Florian Warwick Unabhängig, investigativ, umfassende Transparenz unserer Finanzen Mit diesen Schlagworten werben die selbsternannten Faktenchecker von Correctiv für die Arbeit ihres Recherchezentrums Welches unter anderem in Deutschland von Facebook dafür bezahlt wird, die Faktenchecks auf der Social-Media-Plattform durchzuführen Die Nachdenkseiten haben sich die Hauptfinanzierungsquellen von 2014 bis heute und den angeblichen Transparenzanspruch näher angeschaut Wie alles begann Correctiv wurde im Januar 2014 gegründet Die Anschubfinanzierung in Höhe von 3 Millionen Euro erfolgte durch die von der deutschen Milliardärin und Gesellschafterin des internationalen Medienkonzerns WAZ Seit 2013 Funke Mediengruppe Anneliese Brost ins Leben gerufene Brost Stiftung Auf der Seite von Correctiv heißt es unmissverständlich Ohne die Initialförderung durch die Brost Stiftung wäre der Aufbau von Correctiv nicht möglich gewesen Die Zeit schrieb dazu 2014 So finanziert ausgerechnet die langjährige Chefin des westfälischen Zeitungskonzerns Anneliese Brost ein Projekt, das den redaktionellen Verkündungsjournalismus früherer Tage auf eine neue Ebene hieven soll Zitat Ende Halten wir fest Die Basisfinanzierung des unabhängigen Recherchezentrums erfolgte durch eine Stiftung, hinter der mindestens indirekt einer der einflussreichsten deutschen Medienkonzerne steht Doch von der Brost Stiftung kam nicht nur die Anfangsfinanzierung Noch 2017 war die Stiftung der WAZ-Verlegerin der mit weitem Abstand größte Einzelspende von Correctiv mit 450.000 Euro Gefolgt von Google Digital News Innovation Found DNI und der vom US-Oligarchen George Soros finanzierten Open Society Foundation Bis zu diesem Zeitpunkt finanzierten Multimilliardäre bzw. deren Stiftungen einen Großteil der Arbeit von Correctiv Ab 2018 betritt ein neuer Akteur und Hauptfinanzier die Bühne Der US-Multimilliardär und eBay-Gründer Pierre Omidia bzw. dessen Stiftung Omidia Network werden nun zum Hauptsponsor von Correctiv 2018 mit Spenden in Höhe von über 640.000 Euro 2020 und 2021 wurden laut Correctivs eigenen Angaben je über 400.000 Euro vom Luminate Omidia Network überwiesen Stichpunktartige Überprüfungen mit den Angaben der Geberseite bestätigen generell die von Correctiv genannten Zahlen Allerdings fallen dabei gewisse buchhalterische Tricks auf So erklärt zum Beispiel Luminate Omidia auf ihrer Website, dass sie 2020 an Correctiv 1 Million Dollar überwiesen hätte Correctiv selbst gibt, wie bereits angeführt, nur rund 400.000 Euro an Der Rest der Summe wird in Correctivs transparenter Auflistung für 2021 verbucht Auch 2022 erhält Correctiv die mit Abstand höchste Spendensumme in Höhe von 636.331,94 Euro vom Omidia-Netzwerk Der nächst höchste Spendenbeitrag im Umfang von 361.784,69 Euro stammt von der Landeshauptkasse NRW Zitat Ende Die Kassenaufgaben werden auf der Seite auch näher definiert Zitat der Landeshauptkasse NRW Die Landeshauptkasse arbeitet auf Anweisungen für die Dienststellen des Landes NRW, wann immer Zahlungen erforderlich werden Sie besteht aus mehreren Referaten, unter anderem Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung Zahlungsverkehr Das Referat Zahlungsverkehr ist für den Einzahlungs- und Überweisungsverkehr und die Liquiditätsplanung zuständig Buchführung Das Referat Buchführung ist für die ordnungsgemäße Buchung der Ausgaben und Einnahmen der Dienststellen des Landes NRW und unter anderem der Abrechnungskosten verantwortlich Vollstreckung Zitat Ende Man fragt sich unweigerlich, welche der klar definierten Aufgabenfelder der Landeshauptkasse die Zahlungen im mittleren sechsstelligen Bereich an die unabhängigen Faktenchecker von Korrektiv rechtfertigen Die ordnungsgemäße Buchung der Ausgaben und Einnahmen der Dienststelle des Landes NRW kann es wohl ebenso wenig sein wie die Rolle als Vollstreckungsbehörde Für 2023 ergibt sich ein sehr ähnliches Bild, was die Finanzierung von Korrektiv angeht Erneut kommt die mit Abstand höchste Zuwendung vom US-Milliardär Omedia und seiner Stiftung 661.018,53 Euro, gefolgt von staatlichen Mitteln Mit einem Unterschied Die nächsthöhere Zahlung in Höhe von 431.059,85 Euro stammt diesmal nicht von der Landeshauptkasse NRW, sondern von der Bundeskasse Bei dieser handelt es sich um eine deutsche Bundesbehörde, die der Generalzolldirektion unterstellt ist Die Fachaufsicht liegt beim Bundesministerium der Finanzen Doch zurück zum Hauptfinancier von Korrektiv Die Omedia-Gruppe agiert als ein Investment-Vehicle, das hunderte von NGOs auf der ganzen Welt finanziert, zudem mehrere Medienplattformen Unter anderem den als explizit antirussisch ausgerichteten ukrainischen TV-Sender Hor-Matzk-TV Neben dem Omedia Network hat der eBay-Gründer auch noch unter anderem die Stiftungen Luminate und Democracy Found gegründet Während Luminate sich eher einen liberal-progressiven Anstrich gibt und sich unter anderem die Erreichung einer faireren Welt auf die Stiftungsfahnen geschrieben hat Bedient Democracy Found die andere Seite der politischen Medaille und unterstützt unter anderem den Protagonisten der US-Neokonservativen Bill Crystals und sein Projekt Defending Democracy Together Omedia Co. finanziert mittels des Democracy Found auch den transatlantisch ausgerichteten Jarmel Marshall Found Der wiederum aktuelle deutsche Bundesminister wie die amtierende Außenministerin Annalena Baerbock oder auch Agrarminister Cem Özdemir beide von den Grünen gefördert hat Die Nachdenkseiten haben bereits mehrfach die transatlantischen Netzwerke von Baerbock und Özdemir sowie deren Rolle als Einflussagenten nachgezeichnet, zu sehen innerhalb von zwei verlinkten Artikeln Durchforstet man die Partner-Database-Seite von Luminate, stellt man fest, dass Omedia allein mit dieser Stiftung 633 Nichtregierungsorganisationen finanziell fördert Darunter de facto alle spendenbasierten Faktenchecker-Einrichtungen weltweit, egal ob Afrika, Lateinamerika, Asien oder Europa Wenn es eine privat finanzierte Faktenchecker-Gruppierung gibt, dann ist Omedia-Finanzierung dabei Selbst die deutsche Wikipedia-Ausgabe verweist im Beitrag zu Omedia und seinem Netzwerk auf eine Einschätzung von MPN News zu Omedia, die da lautet Omedia arbeitet eng mit den führenden Vertretern der US-Softpower zusammen Von der US-Behörde für internationale Entwicklung, USAID, bis hin zum National Endowment for Democracy, NED und fungiert als Vermittler für Projekte im Stil der Informationskriegsführung in Ländern auf der ganzen Welt Während Korrektiv auf seiner Website immer wieder die Unabhängigkeit bei der Arbeit rund um die Faktenchecks betont, kommen Vertreter des Recherchezentrums bei direkten Fragen in Live-Formaten angesichts der erwähnten Finanziers schnell ins Schleudern Beispielhaft steht dafür der Auftritt der Leiterin des Faktenchecks von Korrektiv, Alice Echtermann Bei einer Veranstaltung der CDU nahen Konrad-Adenauer-Stiftung KAS im April 2021 wurde sie vom ihr zudem sehr zugewandten Moderator gefragt, ob es für Korrektiv ein Problem darstelle, dass die Recherche-Plattform von Milliardären finanziert wird Echtermanns erstaunliche Antwort? Hm, wenn man das so sehen möchte, dass so eine Finanzierung ein Indiz für fehlende Unabhängigkeit ist, können wir dem natürlich wenig entgegensetzen Ähnlich aufschlussreich ist auch eine weitere Aussage der Faktencheck-Leiterin im Zuge derselben KAS-Veranstaltung Vor dem Hintergrund und der Betonung der Transparenz durch Korrektiv wurde sie gebeten darzulegen und seien es nur grobe Orientierungszahlen, wie hoch die Finanzierung von Facebook für die Korrektiv-Faktenchecks ausfällt Ihre Antwort? Nein, kann ich nicht. Das darf ich nicht. Wir haben eine Vereinbarung mit Facebook, dass wir über Vertragsdetails nicht sprechen dürfen Für die Faktencheck-Kooperation eine Vergütung, ja, ein Honorar, kann man so sagen Kannst du da Zahlen nennen oder zumindest ein paar Hausnummern, wie hoch das ist? Nein, kann ich nicht. Das darf ich nicht. Soweit geht die Transparenz dann nicht? Ne, genau. Also wir haben eine Vereinbarung mit Facebook, dass wir über die Vertragsdetails nicht sprechen dürfen Bei dieser Finanzierung ist ja zum Beispiel die Brost-Stiftung, glaube ich, ein wichtiger Ankerfinanzier, wenn man so möchte Ohne die ja, glaube ich, Korrektiv gar nicht gestartet worden wäre Da ist ja zum Beispiel die Verlegerin der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung dabei Und was ich auch gesehen habe, hatte es die Open Society Foundation von George Soros Ein sehr bekanntem Milliardär und Philanthropen Der ja auch häufiger im Zentrum von Verschwörungstheorien steht oder überhaupt Mythen, teilweise antisemitischen Vorwürfen Ist das für euch ein Problem, dass ihr dadurch sozusagen angreifbar werdet, dass euch unter anderem Milliardäre unterstützen? Wenn man das so sehen möchte, dass so eine Finanzierung ein Indiz für fehlende Unabhängigkeit ist Dann können wir da natürlich wenig entgegensetzen, außer zu sagen, dass wir in unserer Arbeit völlig frei sind Auf der Website von Korrektiv wird allerdings unmissverständlich verkündet Der transparente Umgang mit unseren Finanzen sowie unabhängige Prüfungen sind unerlässlich für uns Zitat Ende Bei der Offenlegung der Finanzierungshöhe die für im Auftrag von Facebook durchgeführten Korrektiv-Faktenchecks löst sich die behauptete Transparenz jedoch ganz schnell in Luft auf Die Zertifizierung von Korrektiv als Faktencheck-Organisation Korrektiv verweist mit Stolz auf seine Zertifizierung durch das Unabhängige International Fact-Checking Network IFCN, welches eine sehr renommierte Organisation sei und laut den Faktencheckern aus Essen weltweit führend in der Forschung zu Desinformation Das IFCN ist dann das Pointer Institute mit Sitz in St. Petersburg, dem in Florida angegliedert Und wer finanziert wohl hauptsächlich das IFCN und das mutmaßlich so renommierte Pointer Institute die das weltweite Gütesiegel für Faktenchecker vergeben und sich selbst ganz bescheiden als Global Leader in Journalism bezeichnen? Der geneigte Leser wird vor Überraschung hoffentlich nicht seinen lauwarmen Kaffee verschütten Das Omedia-Netzwerk via der dem Leser schon bekannten Luminate-Stiftung sowie dem Democracy Found Daneben agiert auch noch die Charles Koch Foundation des US-Multimilliardärs desselben Namens als einer der Hauptsponsoren Er und sein mittlerweile verstorbener Bruder David sind zugleich die größten bekannten Förderer der US-amerikanischen Tea-Party-Bewegung Ach ja, US-Goligarch George Soros trifft via seiner Stiftung Open Society auch als Sponsor auf Weitere Förder von IFCN und dem Pointer Institute sind so unabhängige Institutionen wie die offen als halbstaatlicher Arm der US-Außenpolitik konzipierte Stiftung National Endowment for Democracy, NED die sich massiv in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einmischt und zum Beispiel massiv die rechte Opposition in Ländern wie Venezuela, aber auch in Frankreich unterstützt hat Ron Paul kommentierte als Mitglied des US-Repräsentantenhauses die Aktivitäten des NED mit folgenden Worten Zitat Ende Die Frage könnte man auch auf die Situation von Korrektiv anwenden Wie würden Medien und Bundesregierung reagieren, wenn statt US-Oligarchen wie Omedia russische oder chinesische Oligarchen mit Millionenbeträgen das Recherche- und Faktencheck-Netzwerk Korrektiv finanzieren würden? Die Antwort ist recht offensichtlich und führt zugleich das Redaktionsstatut von Korrektiv ad absurdum Bereits bei Punkt 1 heißt es dort 1. Wir sind journalistische Aufklärer, gehen dahin, wo es wehtut und fremdeln mit der Macht Zitat Ende Das führt unweigerlich zur nächsten Frage Wenn im Selbstverständnis von Korrektiv mit der Macht fremdeln bedeutet, sich von US-Superreichen mit öffentlich verkündeten Agenda-Setting-Absichten sowie deutschen Bundes- und Landesbehörden einen Großteil der Recherchearbeit finanzieren lassen, Was für Rückschlüsse lassen sich dann auf das Selbstverständnis Wir sind journalistische Aufklärer ziehen? Hinweis der Redaktion Dieser Beitrag ist eine aktualisierte Fassung eines Artikels vom Juni 2022 mit dem Titel Faktencheck der Faktenchecker – Die fragwürdige Finanzierung und Zertifizierung von Korrektiv Verlinkt am Ende des schriftlichen Artikels Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte Hz. www.herser boundaries 1.r Pont 3.r spouses www.herser cả www.herser montre 3.r